und damit herzlich willkommen zurück zu let's play ja torchlight 2 da sind wir wieder wir sind wieder hier und wir wollten losgehen weil es gerade nachts ist und wir wollten ein bisschen level fahren ich hoffe sehr dass das mich nicht getäuscht hat und das jetzt in der nacht wirklich wie hier sind ja das ist eine neue aufnahme die aufnahme war zwei folgen lang ich würde momentan wirklich so gerne mal wieder eine große aufnahme session von irgendwas machen aber es geht leider nicht letzte große aufnahme session war vor ist und an dem tag habe ich frei momentan habe ich leider kein frei deswegen auch keine große aufnahme session so dass wir hier in der wüste ein paar da kommen enttäuscht mich nicht komm schon bitte spiel enttäuscht mich nicht sagt mir dass du hier ein paar geheime vier für mich hast ich war schon so happy dass das spiel das eingebaut hat und jetzt ist es wieder nicht da auch man ne wird nichts schade ich war echt happy dass der spiel als ich dachte das ist so aber leider scheine ich mich geirrt zu haben sehr schnell mal rein neta reich portal das darf ich mal noch zugang zum stückischen host dann bauen wir mal gucken was hier drin so ist da genau von unserer nase aufgetaucht moment zeige dich doch mal gut ok warum nicht nehme ich dankbar mit wie weit waren wir denn hier nicht besonders so wie ich das sehe okay okay super heilen kovat beschwören ich habe wenig mana so ja doch auf die jungs okay dann muss man es ausfahren ich bin verwundet leider stammel jetzt mit der ein finden hier sieht super aus momentan was haben wir hier wir haben ja immer noch die großen jetzige ich weiß aber nicht wie ich davon habe gerade inventar tränke 15 und 12 ja ich mache noch ein bisschen ohne tränke es ist zwar schwer ich weiß wir könnten ja wahrscheinlich wesentlich was überleben wenn wir mit tränken spielen würden aber ich möchte gerne ohne machen das tut wirklich weh ja das kann mir vorstellen ich brauche mehr mana ich bin nicht mana wie der immer wegschampt boah der bleibt doch auch immer weg vielleicht hat die katze den ganzen restmann die katze machst du eh tot mit alter ihr ok 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 war warte 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 Oh Jesse, mal raus Oh, store gefunden weißt nicht wo er kommt Au Hu, 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 hu wehe daひata probons her mich dran wehe der dahe probons her mich ran wehe der DOdorf wayi manifested Oh! Alter! Der muss doch mal kurz einen schlucken. Okay, weiter gehts. Okay, go, go, go. Interessiert doch keinen Schwein, stirb einfach! Äh, also nicht stirb, sondern mach die Typen tot. Wieso teleportiert sich eigentlich jedes Tracksvieh, was existiert? Irgendwie durch die Gegend. Das kann ich verstehen! Das ist auch nicht unbedingt... Also bei der Gegnermenge hier, das kann... Ich würde nun irgendwie... Ein bisschen nachvollziehen. Da hab ich vollstes Verständnis für. Oh Alter, hier unsere Federmäuse. Oh fuck, was ist das denn? What the fuck, was ist das? Wild Thorn. Boah, das ist riesig. Äh, ganz unklug. Ja klar, Mana. Ja klar, Mana. Wunderbar. 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 Aua. Ah, ich kann das wegbringen. Ich habe wenig Mana. Tod? Echt? Da hat uns die Katze wohl grad nen Crypt gelandet. Ok, find ich gut. Auch Tod, super. Ah, ich will den Boss hier nicht sehen. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Hey! Das wird nochmal mit dabei auch schon ganz viel. Mein Liebling ist aber immer noch das Wegstoßen. Das unsere Katze mal arbeiten. Und mach hier mal den Scheiß Bodenschutz weg. Ich hasse, ich hasse den. Ich hasse den. Ich spiele lieben gern selber ein, aber ich hasse sie. Mysteriöser Schrein haben wir da wieder. Hey! 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 Nao! Alles ist sehr müde! Sehr müde schade! Hehehe... wo ist der scheiß fernkämpfer hier ist glaube ich schon tot oder ich hab's schon erledigt ja klar tp dich während du gestand bist klar warum nicht ist ja vollkommen normal manticore ich bin mir nicht sicher mit dem packen also ganz ehrlich wenn ich mir das hier so anschauen was ist das denn goldene krabbel ähm nein ich hab's erwartet ich muss gestehen ich hab's erwartet ich habe es wirklich erwartet muss ich gestehen das war mir jetzt irgendwie klar dass ich da krepiere wo ich die bosch gegner einfach wieder rumliegen jetzt guck mal in die bosch sondern was guck was sturmaufstieg juhu was wir die dünnmutter ja blatt machen na komm so wo ist die boss krabbe die boss krabbe schon tot oder was ja wo ist die boss krabbe die ist doch nicht schon tot gewesen jetzt na gut dann wollen wir mal unserer katze noch einen fisch geben und zwar go go auf zum antikorn natürlich ganz kurz noch skillen wir skillen die anzahl unserer fledermäuse auf 32 prozent hoch und hier machen wir wieder one shot kätzchen oder one shot krabbe um genau zu sein dann schauen wir was wir hier finden eins gab what the fuck war das gerade war ist der schon da nied 地 o o o was ist das denn Ok Ja, na klar Wir konnten die Gegend gar nicht erkunden Und der hat uns vorher schon angegriffen Was für ein Arsch Kann ich mir vorstellen Wir kriegen den schon down, so ist es nicht Glaube ich Äh, Xcam What the fuck Yeah Ich muss unbedingt Irgendwie Ich würde da immer neue Ok, warte Ok, jetzt habe ich es Ok, sehr schön Uh Ja, ich würde da immer neue Oh 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 Natürlich Natürlich Ja 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 Na klar Da kommt noch ein Weibchen Ich glaube es suckt Ihr habt noch einen Klatsch Jungs Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht im Kopf Ja Ist ja nicht so Ist ja nicht so, dass einer reicht Nein, da kommt auch das selbe Ding Aber Ja, klar, warum nicht Ich 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 Mal Alter, wieso ich das hasse Ich bin das mega asti, dass man immer auf den Rand klickt und dann Ich Ich Menschen Ich Das ist ja nicht ne Hallo, Wecker Ich finde das auch sehr anstrengend, dass wenn du nicht nah genug an deiner Dings dran bist, ja, ja, du hast ja nicht Mana. Alter. Ein von beiden haben einfach das Tod. Wie die Tränke hier drauf gehen, das ist unklar. Ich würde den einen Tod kriegen von denen. Ja, ja, du hast wenig Mana. Okay. Ich muss langsam mal sterben jetzt. Okay, wir hätten die Tablete beschwürgen und versuchen mehr mit dem Heiltzauber zu arbeiten. Der Antikor ist fast tot. Boah, war das close gerade. Uh. Ich habe nicht.